Jo, weil ich es mental einfach nicht mehr ausgehalten habe, habe ich mir jetzt zum Ziel gesetzt, die ganzen Bilder in unserer kompletten Villa neu zu gestalten. Genauer gesagt, die alten mit meinen zu überkleben. Und aktuell sieht es auch sehr gut aus, denn mein erstes Bild ist so gut wie fertig. Hier habe ich jetzt nochmal ein bisschen mit dunkelgrün und hellgrün gearbeitet, um die Blätter noch ein bisschen realistischer zu machen und dann anschließend mit weiß noch meine Fehler korrigiert. Und das ist auch schon das Endergebnis. Ich denke, ich werde jetzt erstmal ein paar andere Bilder malen und die dann zusammen mit diesem hier auf die ganzen anderen Bilder kleben.